Intro Und damit herzlich willkommen zurück zu Liiii Let's playiii Minicraft Irgendwie können wir nicht schlafen, außer welchen Gründen, die mir unerklärlich sind Da ist nichts los Irgendwo ist ein anderes Mann, aber ich sehe den nicht Ist der da oben? Auch nicht Wo bist du? Keine Ahnung, wo der ist Ja, dann hätte ich wohl irgendwo anders schlafen müssen, wenn er mich hier nicht schlafen lässt Das lag gerade so ein bisschen, ich weiß aber gar nicht warum Werde ich wahrscheinlich doch gleich mal LOL Replay noch ausmachen müssen Ich bin ein Held, es ist einfach unbegreiflich wie heldenhaft ich bin Ich bin gleich wieder da So, ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder und ich hoffe, die Aufnahme ist nicht kaputt gegangen Ähm, 18, 19 FPS, okay, das ist jetzt so Noch ganz annehmbar Ach, das ist der Tag Also, was haben wir vor jetzt noch? Problem ist, wir können gar nicht alles schaffen, was wir machen wollen Was ich gerne machen will und deswegen gehen wir jetzt erst einmal zu unserem Baumann, den wir ewig nicht mehr waren Denn für alle, die aufgepasst haben in den letzten Folgen Wir machen ja jetzt bald wieder zurück in die Staffel 2 Huch Warum lag das so seltsam? Ich raff das gerade echt nicht Ich habe alles ausgemacht, genau wie immer, es ist nichts anderes und trotzdem tut es gerade 15 FPS Ist LALALALALALA Ich trinke einen Kaffee, um mich zu beruhigen Es ist übrigens noch, es ist ja keine Ahnung was istĄ Enjoy the Student Drei Zeitung 16 und 50 sekunden die 50 sekunden habe ich mir gerade ausgedacht auf der digitale sekunden ich sehe es macht eine menge spaß gerade diesen grauen ladebildschirm zu beobachten es ist einfach wunderbar und total schön ja keine ahnung was das gerade ist ich habe alles aus ich kann auch hier noch mal gucken nö alles aus jetzt besser nur zwei für es mehr okay dann gehen wir jetzt mal hierher die skyline beworung nehme ich mal weg weil das ist ja normale aufgabe bei uns mittlerweile und dafür tue ich jetzt hier was anderes hin und zwar würde ich gerne die felder ab nehmen wir machen was anderes schafs hütte fertigstellen so dass wir noch machen andenken für mittels wir haben immer noch nicht gemacht die und zwar haben wir uns aber habe ich mir überlegt ich habe ja noch dieses eingezäunt dieser eingezäunten bereich mit dem eisen zoll was wir in letzten folgen gemacht haben und da würde ich gerne ein haus hin bauen und in das kommen dann oder vielleicht auch gar kein haus sondern dass da die never war zum farm rein kommt das ist eine ziemlich coole idee dann sieht man sie nicht so offensichtlich und muss man schon was machen also wie im fall eisenzaun gebiet verarbeiten so da haben wir keine idee das mache ich auch nicht mehr bevor ich dahin gehe tränke produktion starten ja das müssen wir noch mal machen neue felder haben wir gemacht dann würde ich noch begrüßen weges hütten all inclusive und da hat man ja wenn sie sagt okay wir wollen diese und das wo das wollen gemüse range haben wir gemacht was wird man denn noch machen dass das das pilzweltwunder und zwar für alle die es nicht wissen ich möchte unbedingt gerne einen riesengroßen pilz basteln erkundungstour naja die können wir weg machen das braucht keiner mehr dann wollten wir noch bauen moment ich überlege einen zweiten stollen der kann dann auch gerne unterirdisch mit dem anderen stellen da hinten wird meinen zweiten stollen bauen tierfarm weiter bauen dann machen also das schreibe ich meinen schweinefarm ausbauen weil die anderen sind ja schweinefarm ausbauen so pferdezucht starten also richtig starten müssen wir dann später machen höhlentour monsterfall höhlentour kann ich mal weg machen wir wollen auf jeden fall das habe ich euch auch noch nicht gesagt eine smaragd mine errichten da erzähle ich euch später noch was dazu hier ein hühnerstall haben wir gebaut den brauchen wir nicht mehr deswegen denkt das bei so ist in monsterfalle haben wir auch brauchen wir auch nicht mehr gang monsterfalle schweizer käsehöhle haben wir ja gemacht der ist fertig gierig auf update warten ist ebenfalls schön dass ich da gierig geschrieben habe das passt gut so da haben wir jetzt hier einmal noch zwölftigen die wir machen können das ist unser der gute stimmung stimmenungsbaum der ist eigentlich dazu gedacht dass die leute abstimmen können was wir machen dann kommt das hier dran das funktioniert bis jetzt noch nicht so gut da ich meistens bei alleine leite weil sich in den kommentaren noch nicht so rege bewegt wird was ich bei 1000 abonnenten allerdings gar nicht verstehen kann ich meine da muss doch mal auf die idee kommen hey du könntest das bauen oder ich habe wirklich alles gebaut was es gibt Okay ich erkläre mal ganz kurz den sinn dass maragd mine bevor es weiter geht Das muss übrigens hier weg da kommt noch ein weg später hin Und zwar seht ihr da hinten diese riesige anzahl von großen bergen das sind Hiltz wie auch immer die hießen jetzt ich wüsste es gerade gar nicht mehr irgendwie hiltz hießen die Na ja ich gehe mal hin So das sind so stand so steht so steht so steht Wo steht's Wo steht's Ach hier sind wir in den Blains okay Und das ist genau Extreme Hills In Extreme Hills findet man ein Smaragd Deswegen möchte ich hier unbedingt gerne eine Smaragdmine hinbauen In diese Hills rein Das wird dann auch höchstwahrscheinlich ein ähm Mindstripping gebildet Deswegen muss ich da gucken dass ich das nicht zu lange und zu ausgiebig mache Damit es nicht langweilig wird Denn Smaragde sind Ein wichtiges Ding hier Und darum finde ich das sehr cool Ja Pferdes auch müssen wir dann starten Da nehmen wir uns dann richtig viel Zeit Und dann erweitern wir auch Dann tun wir hier größere Pferde hinbasteln Habe ich gerade erdet? Oh geil Erde dabei Klack 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 Super da kriegt man das auch jetzt endlich auch zu Ja Ich freue mich Dass ich das so eine riesenfläche Gras und Wiese sich so ergibt Hattet ihr eigentlich das gehört? Was erinnert mich gerade an Weil ich hier das so hinplazieren und das auch nichts erschaffe Hatte ich das eigentlich gehört mit Ähm Das habe ich im LeFleut Video gehört Äh dass Wissenschaftler ja gerade versuchen herauszufinden Ob nicht alle Materie auf der Welt Einfach so erschaffen ist Und einen Zahlencode beinhaltet Mit dem man aus dem Nichts irgendetwas erschaffen könnte Ich meine das hört sich ja ganz interessant an diese Theorie Muss ich mal sagen Also ich finde die Theorie ganz cool Hat so ein bisschen was von wie er schon meinte Matrix Aber jetzt mal ganz ehrlich Nehmen wir mal einfach mal an Alles was es existiert besteht aus einer gewissen Matrix Okay schön und gut Jetzt erklären wir mal bitte wer die Matrix erfunden hat Irgendwann musste am Anfang da gewesen sein Und sie gesagt haben Okay Ich erschaffe jetzt hier eine Welt Weil ich meine Das erfindet sich ja nicht von allein Der Urknall muss also irgendwo hergekommen sein Den Urknall Er meinte ja man könnte vielleicht So den Urknall erklären Ja klar Und wer hat den Urknall dann eingeläutet Ich meine äh Da musste ja vorher jemand da gewesen sein Der das gemacht hat Deswegen finde ich das ziemlich Schwachsinnig Naja Kann man sein dass ich aber zu Braintal Ob ich so was bin Man ist einfach gar nicht Raffe die Dimensionen Die Dimensionen Was Keine Ahnung Ja Hier habe ich dann überlegt Ob ich hier vielleicht Den Neverwarzenfarm so reinbaue Weil das sieht ja keiner Hier kann man auch richtig groß Um den Berg hier herum Das kann hier hinten alles Neverwarzenfarm komplett werden Sogar automatisiert Weil man außen lang läuft Dann sieht man das ja nicht Dann sieht man einfach nur diese Steinmauer Mit dem Zaun Und dann sieht man vielleicht So ein bisschen was Rotes Wenn man hier lang läuft Und das war's dann Und hier unten ist ja unsere Autsch Müsellfarm Die ganz gut funktioniert gerade Und Warte bis wohin ging die Hier runter Oh oh Da tut sich doch schon wieder Grasbreit machen Warum das denn Na nü Warum macht sich denn hier Grasbreit cracked Cololololololololito Hier ist schon wieder Gras so na gut gibt es auch noch ein bisschen hier ich glaube ich meine wir noch einen zweiten müssen hier blocken damit es ein bisschen schneller geht und dann dritten heute habe ich gar keins dabei ok das wird sich auch noch ausgebaut ist das ist ein baum auch noch aus wo ich habe die musik haben die werde ich jetzt ausbauen musik fahren und auch diese pilz hier die werde ich jetzt ausbauen das dauert ja nicht so lange kann ich gleich mal hier so warum ich einen kriege mit drei knochen wir sollen aber irgendwie funktionen hat nicht funktioniert na gut da brauche ich steine und holz jetzt so viel holz steine habe ich auf jeden fall noch das ist gut dann kann ich die erst mal verwenden kommen die sachen mit dem holz später ich brauche jetzt mal das essen kurz ich kann hier direkt von oben abbauen das gibt wahrscheinlich noch am meisten sinn so ist es wieder dunkel das ist natürlich sehr unpraktisch dann gehen wir kurz mal schlafen müsste jetzt ungefähr bei folge 680 sein gell das heißt noch 20 folgen da kann man schon noch einiges machen und 20 folgen so ist es ja nicht wir werden sicher noch einiges erreichen in der zeit also hier die gegen möchte ich noch fertig kriegen sollte eigentlich rein theoretisch auch machbar sein sooo ok da noch einer hin hier noch einer hin dann hier und das kommt auch alles weg hier so das weg das weg und jetzt muss man da oben noch alles weg machen so so ups so war es nicht geplant so 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 und da so hatte ich mir das gedacht ähm ok genau da hm 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 jetzt müssen wir hier noch weg machen alles das ist glaube ich eine sache die ich fast schon von oben machen muss ok das sind hier noch andere steine wo so 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 Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.